Willkommen in Norddeutschland. Willkommen zu Hause im Hansa Seniorenwohnstift Kreienbrück in Oldenburg. Erleben Sie die professionelle und persönliche Betreuung hochqualifizierter Pflegekräfte unseres ambulanten Pflegedienstes. Fürsorglich, gewissenhaft und respektvoll. Das Seniorenwohnstift verfügt über Einzel- und Doppelzimmer sowie Apartments mit barrierefreien Duschwädern und Balkonen. Erholen Sie sich. Schnappen Sie frische Luft in der großzügigen Parkanlage. Wählen Sie aus abwechslungsreichen, frisch zubereiteten Menüs. Das Seniorenwohnstift bietet eine Vielzahl gemeinschaftlicher Aktivitäten. Vom Kegelabend über Vorträge zu interessanten Themen bis zu gemeinsamen Konzertausflügen und Bastelabenden. Erhalten Sie Ihre Selbstständigkeit. Trainieren Sie in der Ergotherapie wichtige Fähigkeiten des Alltags. Regelmäßige Gymnastik und Gedächtnistraining runden das vielfältige Therapie- und Freizeitangebot ab. Knüpfen Sie Kontakte. Finden Sie Freunde. Im Hansa Seniorenwohnstift Kreienbrück in Oldenburg. Eine Einrichtung der Hansa-Gruppe.